Wieso musst du immer mit Untoten kuscheln? Ja, ich nutze halt gerne noch eins, egal ob das Fleisch kalt ist. Nein! Nein! Zack, McFly! Okay, alles klar, ich bin bereit! Bereit und bereit! Haha! So, Moskau, Folge, Kapitel 2, 3, schon? 2. Okay, komm! 3. Finde das Einsatzteam im Einkaufszentrum. Pater Popov führt seine Gruppe in die Höhle des Löwen, um eine verschollene militärische Einheit zu retten. Laut des einzigen Überlebenden des Hubschrauberabsturzes ist dieses Team der Schlüssel zu Russlands Überleben und seiner Zukunft. Das klappt doch! Fuck! You! Das hast du gut vorgelesen, aber von der Interpunktion und deinem Sprachfluss her... ... ... ... ... ... ... ... ... Wieso musst du immer mit Untoten kuscheln? ... 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 Ich kann das jetzt einfach rausstellen, das mag ich aber nicht. Oh ne fette Panzerfaust, das knall ich direkt ab, das sag ich dir. Er hat da so einen krassen Laserpointer in seiner Knarre. Ich hier. Ey hier ist ne Kiste. Hier ist ne Kiste. Da komm ich von hinten ne? Oh ne Scheiße ne Kiste. Ah! Wumasko, komm rein. Muni, ein Atem aufladen hier, jeder. Okay, halte die Position. Hier ist was zum Aufsprengen. Die Jungs kriegen, ah ne, das sind ja unsere Freunde. Ich wollte grad schon... Was? Schau mal rein. Schau mal rein. Schau mal rein. Mach mal zu hier. Ähm... Häh? So, wir müssen die schützen. Ja, versteckt euch hier hinter den Dingern. Und ich? Ich komm hier mit rein. Schau mal rein. Ich komm nur von vorne. Wir kommen hier von überall. Das ist aber direkt rechts. Ja klar, da kann ich so nicht raten. Stinker. Steamer. Oh jetzt kommt sie aber schön, meine Fette. Halt doch aus und schmecken! Das war eine sehr chillige Panzerfaust. Krass, sie hat ja alles getötet. Sogar die, die noch gar nicht starr sind. Oh, danke. Ich werde sehen, was ich finden kann. Kommt raus. Wir sehen deinen Back. Er rennt direkt ins Feuer. Übelst laut. Oh, hier sind sie, die Jungs. Ja, ja, ja. Wer ist denn da down? Wer ist da irgendwer down? Ja, natürlich. Ich muss das schon nur auf den Auffassenden. Machen wir, machen wir. Wir müssen ihn noch kurz zappeln lassen, damit er merkt, dass er es nicht immer machen soll. I don't think we're alone. I don't think we're alone. Ich glaube auch nicht, dass wir alleine sind. Ich störe meine Gaspedale hier. Hochspannungsnetz. Ich kann die ganze Zeit Gas geben. Boah, und ein schönes... Soll ich das aufstellen, das Hochspannungsnetz? Auch wunderlich, oder? Soll ich jetzt aufstellen? Weiß es nicht. Also eigentlich ist ja dieser Balken... Ich könnte das halt hier aufstellen, in der Mitte. Nee, 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 warte, warte, warte. Hast du schon? Nee. Okay. Komm, wir sind ja eigentlich fertig jetzt, oder? Kommt, jetzt noch mal was. Ja, und vor allen Dingen... Nee, jetzt, jetzt die Verteidigung. Jetzt kannst du machen. Ja, aber wenn wir gerade auf... Nee, ist egal. Haben wir nur... Der Richter an der Verteidigung, aber hier sind nirgendwo... Also jetzt sind hier Sprengladungen, die wir nicht finden, weil die sind nämlich zwei Türen mit Sprengladungen. Ja, ich hab eine Sprengladung. Soll ich mal nutzen? Was?! Siri! Siri hat aktiviert, und dann erzählen wir gerade was über Herr der Ringe, die zwei Türme. Nice! Ähm... Soll ich die Sprengladung nutzen, oder nicht? Ja, mach mal! Hier ist nämlich nichts zum Verteidigung. Ja, 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 mach das! Hier, mach hier auf, dann könnt ihr euch was rausnehmen. Ich loot den Shit direkt. Soll ich hier so'n Hofspannes jetzt machen? Ja, 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 mach das auf jeden Fall. Okay. Ja, gut. Okay. Ich hab' nur das Geschütz irgendwie da in die Mitte. Ich bin chillig, ne? Ja. Okay. Aufladen, wenn's geht. Geht's los. Ich hab' einfach in die Leichen geballert. Warum macht deine Waffen keine Sounds? Ich hab' auch nicht geschossen. Ich hab' auch gesehen, hab' ich's, aber ich hab' nichts gehört. Der hängt mit dem Fuckin' Schöner. Ach, Fuck, ey! Scheiß Zombies, der steht immer dazwischen. Alter, wie geht denn das hin, denn das? Oh, wir müssen helfen! Oh, nein! Oh, wir müssen helfen! Oder sowas. Ja, scheiße. Alter, wie viele sind das? Gar nicht so viele. Reicht jetzt aber auch mal langsam, ja! Ich mach' die alle mit dem Messer hier. So wenig sind das. Soll ich versuch'n, den Dreamer zu holen? Kannst du gerne machen, ja. Ich weiß, das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle. Stirb, du Raffee! Aua! F**k, ich renn' jetzt für den Scheiß. Kannst du mich kurz halten? Du hast kein Medikid. Ich hab' nichts mehr, ich hab' gar nichts mehr. Ich hab' schon alles verschossen. Ich hab' den Dreamer. Ja. Beschwer' dich noch einmal, wenn ich's ein bisschen vorrenne, Martin. Hast du angekündigt? Hä, ich hab' doch gefragt, soll ich den Dreamer töten? Und Fimo meinte ich, da kannst du machen. Ja. Ja, aber du bist bis St. Petersburg gerannt. Das war aber klar. Einmal, einmal kurz recht in die Ecke. Wir haben ja den Streamer gesehen. Und guck. So, mir war das schon bewusst gerade. Und guck. Alles chillig. Alles gut. Kontrolliertes Vorlaufen ist okay. Hast du'n Dicker? Ja komm her, komm her! Also komm. Krass. Hinten, hinten ruf. Ja, sehr schön. Wenn dir das Funkgerät. Ein bisschen hoch. Ich dachte, hier wurde alles ausgeräumt. Da stehen noch voll viele Flaschen. Klischee, Klischee. Oh, ihr seid schon da oben? Oh shit. Da oben, ja? Ja. Die direkt hier der Treppe. Oh, hier ist ein Fetter. Oh shit. Alter, wer... Klatscht denn hier so? Zimlich low. Boah, Gabor ist richtig low. Ich hab auch nix mehr. Wir müssen einfach nur weiter, ne? Kommst zu mir. Kommst zu mir. Kommst zu mir. Einfach rausprich. Ich picke aus dem Fenster. Martin. Ja, ja, ja. Ich muss mich aber eigentlich auch desinfizieren. Okay, mach das unten. Mach das unten. Ja, ja, okay. Okay. Bege. Du? Oh nice, Grenades. Ey, die Ficker-Ratte ist hier. Ah! Infiziert. Ja, das meinte ich mit Ficker-Ratte. Eine klassische Ficker-Ratte. Richtig klassisch, ey. Hier, müssen wir aufbauen. 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 Ich wollt mal gucken, ob du hier... Screamer? Müsst du Dude sein, oder? Ey. Jetzt aber. Ah! Creep! Hilfe! Bist du? Ach da. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das zieht mir so viel ab. Ach du Scheiße, du bist doch noch da drin. Oh Scheiße. Ich bin fast tot. Oh nein, der killt mich jetzt. Der tötet mich jetzt. Ich bin jetzt tot. Oh Gott. Bull, 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 Bull. Scheiße, Mann ey. Oh nein, der Creeper. Ach man ey. Hier ist ne Maschinenpistole. Digga, wennste nicht hört was. Ich hab auch noch einen Geschütz. Ähm. Ich weiß noch nicht ob er... Ich bin eigentlich... Müssen wir schon verteidigen? Jetzt sagt er noch nix, ne? Wir müssen erst mal das Funkgerät finden. Wir müssen erst mal weiter gehen eigentlich. Aber ich will irgendwie noch ein Medipack finden, weil ich bin eigentlich so irgendwie tot. Kann ich heilen. Kommt jetzt U. Ich bin hier runter gesprungen. Bist du runter gesprungen? Oh, ich kann hier, kann ich springen. Oh ja. Entschuldigung. Oh ja. Get back from the door. Oh ja. Zwei heil. Zumo, komm her. Schall dich. Ich bin nicht zumo. Ah nein, warum hast du das andere genommen? Ich wusste ja nicht, dass du mich heilst. Ich war besser selber gehalten, oder? Ich hab... Hab ich's doch gesagt? Ja, dann hatte ich das aber schon. Alter, wie viele... Man kann hier so viel bauen, ne? Ich hab... An jeder Ecke kann ich hier Maschinen bauen. Ja, deshalb ist die Frage, wo? Wo macht das jetzt den Sinn? Ich hab auch eins dabei. Ja. Ja. Hier ist nochmal so ein Sprengraum, oder? Ja. Hoch schon? Wär schon sinnvoll, wenn wir, äh... Ich hab überhaupt kein Plein dabei sein. Nochmal, äh... Hier liegen noch zwei Sachen zum Aufstellen. Weil ich hab halt schon eins. Hat er halt auch eins, ne? Gabor, bist du da oben? Ich hab immer so ein Maschinengewehr hin. Ja. Hast du schon was aufgebaut? Ich hab auch wieder was Neues. Die Screamer, äh, Creeper. Okay. Hier kommen die Leute. Hier ist ein Medipack, Gabor. Hast du das Medipack, Gabor, hinter dir? Ja. Ähm... Ja, baue ich jetzt auch noch hier irgendwas, oder... Weiß ich jetzt nicht. Frage, wo verteidigen? Ich hab noch so ein Elektrozaun. Hier oben hinsetzen. Lass... Lass... Lass hier drinnen. Ja, lass hier drinnen verteidigen. Du musst ja oben auf der Etage bleiben, ja? Okay. Guck mal, warte hier. Ja, okay. Wer guckt in welche Richtung? Jeder braucht eins. Du kriegst das Maschinengewehr, einer guckt da an die Richtung. Da guckt, wo ich den Zaun hingesetzt hab, ne? Ich mach nach hinten dann. Soll ich von hier schießen? Nee. Ja, da kann ich in den Gang... Da kann ich in den Gang schießen. Ich glaube, die kommen von da oben runter, ja. Wenn du hinter dich guckst. Bring dich um. Ich halte die Position. Okay. Ich suche Leicheres. Wenn die nicht von hinter mir kommen, dann baue ich das schnell. Hey, geht ihr beide an die Maschinengewehr oder nicht? Oh nein, ich bin runter, ich bin runtergefallen. Ach du Scheiße. Komm wieder hoch. Wo seid ihr alle hin jetzt? Wo ist Gabo jetzt hin? Nein! Nein! Wohl Wohl! Wohl, wohl! Endlich. durchsuche leichen nach dem funkschlüssel also wir können hier gar nicht die ganze zeit bleiben okay dann erstmal die leiche durchsuchen hat die ist direkt hier unten ich war schon weiter hinten kommt hier ja ich komme nicht noch einer direkt ich will diese scheiß anbruchs nicht jetzt ich komme hier ist ein scheiß ich habe den krepp gib mir eine schwelle komm hier rein mach hinter dir die tür zugabe soll ich interagieren ja gib dem das wahrscheinlich gibt es jetzt jetzt müssen wir verteidigen er so jetzt ist er richtig ich hoffe es ist nicht alles leer geballert ich bin so laut ich habe gerade eben noch eine kiste gefunden ich suche gerade die sprengdinger ob ich noch eins finde ich mache schon ein paar platt hier das ist geil vorne rechts irgendwo ne geht ab also die ach so richtige eine verteidigung das ist immer noch ich versuche euch hier von rechts und links zu verteidigen falls welche reinkommen von hinten und links kommen die also von simbos sicht auf links er steht eliminieren wo an die kommen die treppe hoch übe viele irgendwo ist ein bodel sind die schon oben? sag wenn die hochkommen ja wenn die irgendwie neu sind ja ja gar wollte ich versuchen hier zu verteidigen ok meine mundi ist leer ich kann das auch hier oben verteidigen ah ich bin tot ich sag dir verteidigt hier oben nee 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 ich hab gesagt sagt wahrscheinlich wenn ich durchkomme ja jetzt sind sie durch ich hab dann auch grad nicht gesehen ich kann nicht in eine gerechtigung gucken jetzt bin ich auch tot hä? kann das sein dass ich nicht gabor aufgehoben hab sondern äh gabor kommt gabor kommt mein god i'm good that screamer needs to die come on make sex scheiße ich muss muni nachhaben da kriegen wir hin hier kam es johnny ihr seid fast tot simbo heil dich heil dich heil dich heil dich heil ich hab ne kettensäge doch äh ich bin runter gefallen sollen wir versuchen den scheiß screamer zu töten ja ich lauf zu dem ok ich versuche hier den rücken frei zu halten ja wo steht der denn der wohnt mir hier angezeigt gerade nee nee der ist super weit hinten nein der ist super weit hinten ja ich darf zu dem ich hab ihn erledigt direkt nein der creeper oh nein jetzt werde ich hier draußen getötet ok gabor wir müssen bis zum simblo kommst du mit gabor wir erreichen den ausgang lauf ohne mich übernimmt übernimmt ich muss mich dezifizieren schütz mich kurz schütz mich kurz was bin ich tot ok alles klar danke dir da ist wieder was noch ein creeper noch ein creeper warum zieh ich die so an ach du scheiße ich bin tot ich weiß nicht was ich tun soll ich weiß nicht was ich tun soll ich bin tot aber ich hab übelst viel mit der kernsäge rumgeschnitzelt wo ist denn der ausgang konnte noch nicht mal sehen wo wir hin müssen hier her hier könnt ihr hochgehen kommt her ich bin hier auf der erhöhung da hinten oh die typen sind da hinten am sterben aufbauen 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 alter war das fucking knapp gabor du hast richtig geil geheilt man danke du hast richtig geil geballert ich hab geschnetzelt danke schön wenig sind es eine der nichts auffällt du hättest hier die du hast auch die falsche klasse du hättest hier die schnetzel ja aber jetzt ist der spitze wechsel boah guck mal Zimbo wie viel der weggeschnetzelt hat Zimbo hat richtig hart geschnetzelt ja wird die 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 Untertitelung des ZDF, 2020